Da ist er! Darauf sei ganz deutlich hier von mir gesagt! Eine Frau, eine Frau, die gehört zu jeder Schau. Bei Allah und bei Melau geht es nicht ohne die Frau. Hinter Traditionen wird sich da versteckt. Wer hat nur vor Jahren sowas ausgeheckt? Das passt ganz bestimmt nicht mehr in diese Zeit. Drum muss man begreifen, heute weit und breit. Eine Frau, eine Frau, die gehört zu jeder Schau. Bei Allah und bei Melau geht es nicht ohne die Frau. Ohne uns, das wissen Sie doch, meine Herren. Gibt's kein Tanzmariechen, das sehen Sie doch, herrlich. Da gibt's keine Küsschen mehr, kein Bein zu sehen. Also mal ganz ehrlich, man muss doch gestehen. Eine Frau, eine Frau, die gehört zu jeder Schau. Bei Allah und bei Melau geht es nicht ohne die Frau. Bei Allah und bei Melau, warum taugen wir nicht für das Komitee? Man will uns nicht haben, tja, das tut sehr weh. Wir sind gleichberechtigt heute überall. Warum, ja, so frag ich nicht im Karneval. Eine Frau, eine Frau, die gehört zu jeder Schau. Bei Allah und bei Melau geht es nicht ohne die Frau. Man muss doch begreifen, hier ganz im Vertrauen. Es geht, meine Herren, nicht ohne uns Frauen. Lassen Sie gemeinsam uns doch präsidieren und zum Schluss noch einmal Folgendes zitieren. Eine Frau, eine Frau, die gehört zu jeder Schau. Bei Allah und bei Melau geht es nicht ohne die Frau. Es geht nicht ohne die Frau.